Die Sprengprosession ist so etwas wie in der Tradition. Wir machen euch hier einmal im Jahr, und zwar, ja, das hängt schon an. Wir werden immer heute alle am Hof, und dann geht die Echtgruppe, die fängt dann an mit der Musikhaut, und dann geht die so weiter. Wir üben dann immer an der Primärschule, da muss man dann immer richtig auf Drei kregen. Ich habe schon auch ein bisschen geügt, aber ich freue mich auch beim Testjahr nicht aus, freue ich mich aber für das nächste Jahr.